Ach ja, eine ganze Folge dauert die Reise durch Himmelsrand. Das ist der große Nachteil, wenn man halt eine Questlinie machen möchte. Und zwar hintereinander weg und dabei nicht... Ach komm, wir reiten jetzt nach Flusswald. Der kleine... Was ist denn der kleine Umweg? Das ist echt wert? Ich meine, das dauert dann noch länger. Mal sehen, wie ich der Weg mich durch Zufall verfolge. Ich müsste ja irgendwie theoretisch nach... In Richtung der ganzen Pfeile, die ich habe, um nach Flusswald zu kommen. Ich muss aber eigentlich nach Helgen, ne? Ist das hier schon wieder Flusswald? Ja, das ist definitiv auf dem Weg nach Flusswald, weil das kommt mir halt... Ach, guck mal, die Glutvitamine. Die habe ich beim letzten Mal ja ignoriert. Da sind so ein paar Baditen drin. Da ist die so nicht weiter wichtig, aber... Ist gut zu wissen, dass es die gibt... Boah, die macht voll das epische Geräusch, wenn man die entdeckt. Ich frage mich, ob das für jede Höhle... Also, wundert sich das richtet, welches Geräusch man hört. Ist das von jeder Höhle unterschiedlich? Oder wurde man da eingestellt? Bei Flusswald haben sie sich ja auch hier einen Ort ausgedacht, der wirklich idyllisch aussieht, wenn man hier ankommt. Ich meine, du hast hier den großen Berg in der Nähe. Also, der ist ja nicht so groß, aber... Du hast halt... An sich sieht die Gegend ja doch relativ schön aus und freundlich und generell überhaupt. Oder 6 Uhr morgens? Ich glaube, ich muss ja... Wahrscheinlich muss ich gleich zwei Stunden warten, weil ich reite jetzt ja doch schon relativ lange durch die Nacht. Aber die Wachen sind schon wach. Verdammt! Ich würde doch das Eisen klauen. Alle drei sind so wach. Aber die Halt ist ja die Zusatzverstärkung. Die wurde ja geschickt von... Vom Jarl im Weißlauf. Dann wollte ich ja unterstützen. Ah, genau. Hier ist es mit einer Eisenbarre. Ist hier irgendjemand? Ein bisschen hier alle. Irgendwie würde ich gerne das Eisen klauen. Guckt nicht so misstrauisch! Weiter gehen! Gibt nichts zu sehen! Geht schon! Macht euch weg! Die Bachen hätte ich schon gerne, ne? Das ist auf jeden Fall... Schmiedetechnisch ist das ein großer Anfang. Ich weiß gar nicht, ob er mir die Bachen eigentlich überlässt, wenn ich das... Hätte ich jetzt doch gesehen. Fuck. Verflucht! Vor allen Dingen, ich krieg zwei Goldkopfgeld auf das Klauen von diesen Bachen. Aber jetzt bin ich da nicht immer ohne Witz. Niemand! Das ist ja schön. Nun, ach, siehst du, ne Schmiede haben wir ja auch gleich noch. Was, während eines Kampfes? Ich bin im Kampf. Aber schlafen kann ich, oder was? Das ist ja prächtig. Ach, jetzt muss ich wieder Lydia rufen. Ne, das ist nicht... Achso, ne. Das ist zwar anders. Anders. Na, na bitte. Hallo Lydia! Sag mal Lydia, ich will mit dir reden. Ich hab hier schwere Bachen bei. Die müsste ich ablegen. Ach Gott, warte mal. Kann ich die, kann ich die wieder, kann ich die da rausschieben aus ihrem Kampf? Stop Combat. Lydia, jetzt bleib doch mal stehen. Ich möchte mit dir reden. Lydia! Ah, war Lydia die ganze Zeit noch ein Kampf war, oder warum? Was macht die denn da? Ich finde da nicht mal jemanden. Jetzt hier, komm. Lydia. Steck die dumme Waffe weg. Steck den Bogen weg, Lydia. No, Alter, nicht rennen. Ach komm, ich reite jetzt einfach weiter. Lydia ist einfach doof. Aber die hat den Kampf mitgebracht. Vorher ging hier alles. Warte, jetzt wirst du doch eigentlich Lydia nicht mehr im Kampf sein, oder? Lydia? Ist Lydia total doof? Wo ist denn jetzt schon wieder hingerannt? Nein, Lydia, du dummes Stück. Jetzt hör doch mal auf. Tools, reset, someone ever, was ever, yo? Nein, das ist ein Mist. Auto-Relax, back, nein. Transform. Was? Was ich nicht alles kann. Ähm. Stopp. Wir brechen auf. Yo. Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Das ist prächtig so. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Weil ich habe dann nämlich durch Zufall ein bisschen Last bei mir. Äh, warte mal, wo habe ich sie denn? Ich habe wieder 3.000 Gold, Mensch. Was, mein Gold ist gestohlen? Nein, wer hätte es gedacht? Das ist zum Glück überhaupt gar kein Problem. Ähm, ich wieg nur eine Klaue, wiegt auch nichts. Habe ich sonst noch was, was hier wiegt? Ha, ich habe hier noch große Seelensteine. Die wiegen auch noch ein bisschen was weg. Oh nein, jetzt habe ich Lydia wieder Seelensteine in die Hand geübt. Ach, jetzt verbrauchst du die wieder. Ach, egal. Dann verbrauchst du die halt. Hat er Spaß mit ihrem Stab dran. Was soll's, ist mir jetzt auch egal. Ich will jetzt nach, ich will jetzt zu meiner, zu meiner Zwergenfeste oder was auch immer. Ich will auf mich wartet. Die Dreamer ihr Vermächtnis ausgraben und das Ethereum holen. Oder was auch mal. Ich kann es jetzt machen. Schneller. Äh, jetzt kommt auch immer der Skyway-Error wieder raus. Ich muss, ich muss straight nach Helgen. Da hilft alles nichts. Naja. Das Problem ist an Helgen. Da ist 100% das Tor zu. Mittlerweile wohnen da Banditen, weil das Zivilbevölkerung hat es da so ein bisschen entschärft. Die hat ja irgendwie, ich weiß nicht, die wurde irgendwie Opfer eines Drachen oder so. Das ist eine ganz komische Story auf jeden Fall. Denen ist definitiv was passiert. Den armen Leuten in Helgen. Wo ich mich echt wundere, warum sich da die meisten nicht eigentlich retten konnten. Weil so viel war da noch ohne. Der Drache hat die meiste Zeit irgendwie... Hätte ich nicht? Ich reite. Ich bin ja nicht wirklich hergekommen in den Sinne. Exposure plus 10. Na bitte, meine dicke Winterjacke tut's immer noch. Zum Glück gibt's in ganz Himmelsrand, glaube ich, keinen Ort, der warm genug wäre, so was da stehen würde. Dir ist zu warm, du solltest dringend ja was ausziehen, du schwitzt schon, bla 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 bla. Das wäre auch nochmal ein nerviger Realismus, wenn du anfangen könntest zu schwitzen, wenn dir dann wieder kalt wird, dann ist das doof und... Oder dass du irgendwie noch so ein Level hast, wie komfortabel du dich fühlst. Ich muss, glaube ich, irgendwie nach rechts, oder? Jo, rechts. Mehr oder weniger. Rechts ist ja nicht unbedingt eine Himmelsrichtung. Ich kann mich noch früher erinnern, im Geografieunterricht, damals in der... Mann, das ist die Klasse, oder so? Sechster wahrscheinlich eher. Das ist... Das ist, wenn da irgendjemand rechts oder links gesagt hat, oder oben oder unten, dann gab's gleich eine... einen dicken Vortrag von der Geolehrerin. Wie ist die eigentlich? Frau... Bürger. Bürger hieß die, genau. Also mit Ü, wie der Weltbürger. Und ich wie der Hamburger. So, toll. Wer auch immer diese Leichen hier aufgespießt hat, ist auf jeden Fall die Menschlichkeit schlechthin. Aber ich muss leider trotzdem durch Helgen durch. Ja, kann ich Helgen irgendwie umreiten? Ich glaube, ich muss wirklich durch Helgen durch. Ja, ich muss durch Helgen durch. Und hier halt muss ich gar nicht, weil ich muss ja hier links lang. Ich muss ja da, wo ich herkomme. Genau. Hier, wo wir damals... Da, wo alles angefangen hat, muss ich lang. Ja, nicht ganz. Weil ich glaube, der Karren am Anfang des Spiels kommt von da, und wir müssen jetzt hier diesen Bergpfad hier nehmen. Ich glaube, ich bin den doch schon mal angeritten, hier den Pfad. Das... Das, das ist... Ja, war ich hier schon mal? Das kommt mir gerade so bekannt vor. Als hätte ich hier schon mal irgendwas getötet. Wie immer eigentlich, in ganz Himmelsrand. Ich habe irgendwas getötet. Bären? Ich meine, da vorne ist gerade eine Bärenhöhle. Das könnte doch jetzt sein. Dumme Quest hat mich, glaube ich, hergeführt. Aber hier mit einem Light Snow beginnst du fallen. Dummiger Schnee. Meine Exposure geht wahrscheinlich auch erst bei Null. Na gut, das Null ist noch okay. Warte mal, ich sollte vielleicht mal kurz... Kann ich ja nicht zaubern vom Pferd? Ich glaube nicht, ne? Ich könnte ja zumindest mal... Wo ist denn hier der Fox? Den könnte ich ja zumindest mal zaubern. Ich kann natürlich... Vom Pferd schlagen ist vollkommen okay, aber irgendwie vom Pferd Feuerbälle zaubern ist natürlich... ...völlig unmöglich. Ach, hallo Lydia, hast du das auch hergeschafft. Ja, Lydia, du machst das schon, ne? Und das könnte ja zumindest ein bisschen was helfen, dieses... Minus 4. Ja, es geht verflucht schnell hier mit der Kälte. Wenn es erstmal einmal losgeht, dann... Da gibt es da kein Halten mehr. Und der Bergpass hier, der sieht wirklich kalt aus. Also so richtig kalt. Auf jeden Fall kein Ort, wo man lange bleiben möchte. Das sind aber auch Kurs. So viele Alternativen gibt es ja auch gar nicht, wo ich ja sonst lang reiten könnte. Müsste ja auch bald da sein. Darf aber, dass man bedenkt, dass Riften eigentlich mehr so... Oder Rift heißt ja die Region. Die Region oben Rift von hinten. Warum? Hehe. Wie einfallsreich. Ähm, die ist ja eigentlich dafür bekannt, dass es doch relativ mildes Wetter gibt in der ganzen Geschichte. Also das ist da nicht so... Das Wetter gilt in Rift, glaube ich, jemals Schande. Was ist er denn? Ist wahrscheinlich noch ein Jäger, ne? Hat dann auch eine Axt auf den Rücken. Aber ich bin dann anscheinend nicht der Einzige, der hier diesen... Der ist ja ganz schön tief, der fahrt. Ich glaube, ich bin hier doch noch nie lang geritten. Das kommt mir alles unbekannt vor hier. So, als hätte ich das hier noch nie gesehen. Näääää. Ich glaube, ich war hier noch nie. Sieht zumindest nicht so aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Noch ein Jäger. Oder Fallensteller, was auch immer. Ich muss längere Zeit durch den Schnee laufen. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen verweichig, muss ich ganz ehrlich sagen. Früher, als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe, da bin ich irgendwie gerne mal wie in den Schnee einfach rausgelaufen. Ein paar Stunden draußen geblieben. Mittlerweile ist es mir schon kalt, wenn ich hier in der Stadt einmal kurz zum Supermarkt gehe. Na gut, das ist gut. Der Supermarkt ist direkt eine Ecke, schlechtes Beispiel. Aber irgendwas ist halt ein bisschen weiter weg. Einmal zur Arbeit und zurück. Allein die Strecke schon zu Fuß zu gehen, macht mir keinen Spaß mehr im Winter. Gut, weil das ist wieder Sommer gefühlt. Im Frühling. Das scheint zum Beispiel schon wieder die Sonne seht hier. Also, Sonnenschein und so. So, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Weißlauf, Riften, Helgen, Riften wollen wir. Lasst mich in Ruhe, ihr dummen Wölfe. Ich habe euch nichts getan. Zumindest noch nicht. Aber ich werde euch etwas tun, wenn ihr mich... Ach, Bogen schießen gegen? Was für einen Bogen habe ich denn gerade? Ein NC-Nord Arrow? Aha. Also, wenn ich nicht so verflucht wenig Schaden mit Bogen machen würde... Schwert kann ich nicht rausholen? Bomb-Breaker? Was für ein Pferdkämpfung? Ich weiß nicht, was ist hier... Hä? Was ist jetzt mit dem Pferd nicht hin? Hat Lydia irgendwas, um... Ach, man kann... Was? Hat Lydia irgendwas, um Pferde zu plümmen? Äh, um Sachen wieder zu beleben? Die einmal... Die... Warum kann Lydia sowas? Also, ich war das garantiert nicht. Ich habe keine aller Fähigkeiten, um irgendwie gehöltes Tier wieder auferstehen zu lassen. Interessante Fähigkeit, die sie da hat. Mich ärgert übrigens auch noch, dass ich Katria nicht wieder auferstehen lassen konnte. Ein ewiger Geisterbegleiter wäre es doch gewesen. Aber nein, es darf ja nicht gehen. Eaja, Katria zu stark ist für mich. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier... Ach, guck mal, hier hinten ist doch ein Lager, der... Ja, wer ist denn das überhaupt? Oh, Kaiserlichen... Ne, ja doch, es ist ein Kaiserlichen. Mitten in der Landschaft. Rift, kaiserliches Militärlager entdeckt. Ja, das finde ich ja zum Glück überhaupt nicht problematisch, dass das hier eventuell irgendjemand finden könnte, so ein Militärlager. Kann man einfach durchreiten. Ja, ist das auch total... Keiner der militärischen Informationen mit verbunden, wenn man hier einfach mitten in der Landschaft ihr Lager findet. Sollen wir mal lesen. Nein, nicht die Forschungsmusizen, die interessieren mich gerade nicht. Katria ist Tagebuch. So, 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 so. Äh, das ganze Himmelsrand, ja? Ähm, der große See da unten, das ist der See, wobei riftend. Wir wollen einen dann kleineren. Ähm, der große See, dann müsste es direkt hier sein, wir sind schon fast da. Ja, das sieht auch gut aus. Dann gucken wir mal, was wir finden. Kleinere Lagerstätte war die Beschreibung, glaube ich. Ich hätte es mir eh gleich nochmal durchlesen müssen, sobald ich ungefähr in der Nähe bin. Das ist ja leider nicht besonders genau beschrieben, der Ort. Wer ist das denn? Sieht aus wie ein Attentäter, ich möchte mit ihm nicht reden. Dann will er mich bloß wieder Attentätern. Das finde ich nicht okay, Gartentäter zu werden. Attentäter, Attentäter, Attentäter. Ach, guck mal, noch ein Drachengrab. Ganz unauffällig eben in der Landschaft. Dass sich da auch nie einer gefragt hat, was das ist. Oder wahrscheinlich wissen die Leute, was das ist. Und das, äh, lassen die Vergangenheit einfach ruhen. Die Nords sind ja relativ konservativ eingestellt, was sowas angeht. So die Vergangenheit, das ist, äh... So, dann mal kurz überlegen. Sehen wir hier auf der Karte irgendwo was? Äh, da oben, mit dem Felsen. Hm. Und da vorne ist, äh, ne Burg. Ne, ne Burg ist aber jetzt eigentlich nicht so richtig, weil ich die suche. So, warte mal. Ist hier überhaupt ein See? Ne, da ist der See, oder? Ne, du? Oh? 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 Moment. Ob das die Karte nicht mehr ist? Jetzt muss ich nochmal genauer gucken. Ist das... Für Katriastal. So. So, 05. Naja, gut. Ist nicht wirklich ein See, das ist eher so ein leichtes... Ja, Delta ist es auch nicht, aber... Ähm, wie wird das Ding beschrieben? Kein Name, keine Formation, die eine Beziehung ermöglichen kann. Stattdessen eine Seite nach der anderen mit unlesbaren Diagrammen. Fähig und ich... Astrolabium. Hm. Wenn wir nach Richtern leiten und das... An den dreieckigen Flussverlauf. Schut. Ähm. Da, da, hier, da. Da. Eigentlich hier irgendwo müsste das sein, oder hier? Theoretisch. Wenn wir uns die Karte so von oben angucken. Meine hier, das ist ja Dings und das ist... Das kommt eben am nächsten. Und dann? Da. Quasi. Aber da steht leider die dumme Burg. Das sieht... Die Burg sieht jetzt nicht gerade so aus, als würde sich da drunter irgendwie... Das ist absolut wie immer ein Bauwerk verstecken, oder? Uäh. Hm. Das ist jetzt irgendwie... Doof. Ich sehe schon die Scheiter hier wieder doof dran rum. Kein Name, keine Beschreibung. Vielleicht ist es wieder... Vielleicht ist es doch gar kein Bauwerk, sondern einfach nur was, was rumliegt. Das kann natürlich auch sein. Das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher, das zu finden. Ach nein, ich den... Die Wege waren mit eingezeichnet auf der... Auf Kadrias Karte, ne? Wann, dass die einfach so durch Landschaft da und... Also mal... Spuckt die mir eigentlich hinterher? Weil ich hab ja ihren Bogen bei. Oder kann die tatsächlich frei sich... Ja, das ist nur irgendwie... Oder kann sie sich tatsächlich frei durch die Welt bewegen? Ich meine, das ist für ein Geist. Ich hab's ja schon mal thematisiert. Das ist ja für ein Geist. Das ist ja eigentlich eine ziemliche Sache, weil normalerweise sind die an einen Ort gebunden. So. Einen Meter vor der Dreieckchenstraße. Ja, das ist ja quasi... Da. Quasi. Also wahrscheinlich da, wenn es... Zwerge wohnen ja gerne in Hügel. Ah. Das ist ja auch in dieser komischen... Der Abhang, die ich jetzt nicht lesen kann, weil sie englisch ist. War das... War das auch beschrieben, dass die Zwerge hier in... In den Hülsrand bauen. Viel... Ach ja, hier war die komische Dingsbumsfahre. Hier, wo es die ganzen Nürnwurz gab. Langweilig. Mit den Lebensmitteln bezahlen wir alles. Wenn wir nur eine einzige Ernte verlieren, könnten wir verhungern oder müssten betteln gehen. Das lasse ich nicht zu. Schon gut, ich verstehe. Ich mache es morgen, ja? Was? Morgen ist es 9 Uhr morgens? Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Aber auch Geld habt ihr jetzt immer. Übrigens die größte Nürnwurz. Was baue ich hier an, falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte? Machst du das? Ich bin die einzige lebende Person, die aus einem Nürnwurzsamen eine voll ausgewachsen ist. Und warum? Ich hatte einen sehr guten Mentor. Er hat mir alles beigebracht, was er über die Nürnwurz und ihre seltsamen Wirkungen wusste. Ich habe ihn viele Jahre lang nicht gesehen. Was wohl aus ihm geworden ist? Der liegt tot unten in einer Schwarzwalte. Ähm, sie wirkt ziemlich erschöpft. In der Tat. Hört auf mich zu nerven. Ist es so offensichtlich? Ach, ich habe alle Hände voll zu tun. Neben der Arbeit auf dem Hof, meiner Nürnwurz-Zucht und der Aufgabe, meine Schwester Aduri im Zaum zu halten, bleibt für Ruhepausen wenig Zeit. Tja, ähm, das, ähm, klingt schön. Und dann, äh, das, was helfen? Wirklich? Das wäre einmal eine angenehme Abwechslung. Nee, nee, ich würde nicht wirklich helfen. Für das Züchten von Nürnwurz brauche ich auch Jaspeitrauben. Der Säuregehalt des Saftes ist perfekt für den Boden. Für meine neue Ernte brauche ich 20 dafür. Ich glaube, ich habe nie mehr als 10 gefunden. Viel Glück beim Suchen dieser Jaspeitrauben. Zwei habe ich schon. Naja, das ist... Ach, da ich die Quest jetzt angenommen habe, war gar nicht so klug, weil ich kriege ich nämlich jedes Mal wieder einen Pop-up, wenn ich wieder irgendwas finde. Und das ist, ja, wo ist denn hier mein Dings hier, mein Wegmarker? Ich will jetzt erstmal, ich will jetzt erstmal Ethereum-Splitter finden. Der letzte müsste ja irgendwo da vorne liegen. Zumindest wenn ich die Karte halbwegs genau verfolgt habe. Die kann ja eigentlich gar nicht so weit weg sein, hier ist der Splitter. Den müssten wir ja bald haben. Und dann geht's auch schon zur Ethereum-Schmiede. Und dann haben wir ja gleich richtig viel Action und alles und so Zeug und generell. Überhaupt, wo bist du denn? Also er hat schon die Fäuste gehoben, aber ich glaube, solange ich nicht absteige, wird er mir nichts tun. So, mal kurz überlegen, was könnte denn das jetzt sein? Das müsste eigentlich... Dieser oder anderen? Alter, da vorne ist wieder so ein Wegpunkt, wieder so ein komisches Dreieck. Da reite ich jetzt erstmal hin. Das war ja beim letzten Mal absolut Gold wert. Vielleicht ist es wieder so. Vielleicht ist das jetzt noch weg. Ich werde auch schon wieder verfolgt von allen möglichen Gesocks. Ist wahrscheinlich ein Bergwoch. Also, man darf ja nicht vergessen, dass es immer noch eine selber gekritzte Karte mit einem Kreis... ...wo einfach jemand mit einem Filzschrift Kreisen in den Ort gezogen hat, wo ungefähr vermutet wird, dass da das Ding ist. Von 100% akkurat hat da ja keiner was vorher gesagt. Wir kommen der Sache näher, wir kommen der Sache näher. Oh! Tatsächlich! Ich habe den Ort gefunden, das ist ja definitiv. Das Problem ist bloß... Ich habe hier anscheinend relativ viel Zeug an meinen Hacken. Hm. Ich bin aber schlecht. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle eine Chance habe. Ich glaube, ich muss erstmal... ...das große Ritual der Lydia zaubern. Lydia! Aber die Liga hat einen Wohl verschlagen. Weiß ich nicht, was ich machen will, aber... Ja, komm. Lecker! Was zur Hölle? Wer hat... Was hat mich denn... Was hat mich denn jetzt umgebracht? Also auf jeden Fall, das ist hier der richtige Ort. Das Problem ist bloß, dass mich hier alle möglichen... Warum wollen die man die mich überhaupt töten? Was haben die gegen mich? Ich meine, das ist... Ich glaube, ich bin ja nicht... Ich glaube, ich bin ja nicht. Lydia kann mich nicht anzaubern, ist ja schön. Ach, Lydia hat irgendein Stab bei einem Wolf zu beschworen. Die hat ihn gar nicht wiederbelebt. Die hat einfach nur so einen Wolfsgefährten beschworen. Warum... Verdammt! Ja, verdammt! Ja, wirklich! Wo auch immer die Fähigkeit dazu her, hat einen Wolfsgefährten zu gegeben. Da können wir ja neuerdings zaubern. Bei den Göttern, nein! Bei den Göttern? An welchen glaubt denn ein Bandit? Stopp! Ja, hat der einen Kromsiebel? Ja, der... Also für Kinnade ist jetzt wirklich ein bisschen sehr spät. Na, tatsächlich! Ein Stahlsiebel bei, der macht ja gar keinen Schorn. Also ich hatte Säbel als Stärkeanendung. Ja, komm, Begleiter Wolf, du machst das! Ruin vom Batal... Batalft entdeckt. Na, bitte. Und da hoffe ich mal sehr, dass die Banditen nicht schon die guten Schlitter mitgenommen haben. Jetzt stirbt man nicht! Also... Ah, das sieht gut aus... Ja, genug! Erst anfangen und dann... Äh, nee, doch nicht! Ich möchte nicht mehr, oder was? So läuft das nicht, Freunde! Was stand da, wie gerade? Protection 185? Hat sich das... Hat sich das auf das Schloss bezogen? Nein! Verdammt! Hm? Mann! Jetzt, wenn wir mal geht's hin... Na? Hallo? Hallo? Hä? Ah, endlich! Hey, Gold! Oh, Schalkum! Na, warum hätte ich das hier schon mitgenommen? Das war jetzt ja nicht so klug, aber... Ja. Der Wolf hat sich auch benutzt, ist ja schön. Hm! Hm... Listen... Oh, ich...